Ein Zug mit der Gesamtmasse von 600 Tonnen erreicht beim Anfahren vom Bahnhof aus auf der Strecke von 2,45 km die Geschwindigkeit von 120 km pro Stunde. Wie groß ist die Stärke der Kraft, mit der die Lokomotive den Zug zieht? Hier die Angaben. Die Masse vom Zug beträgt 600 Tonnen, also 600.000 Kilogramm. Die zurückgelegte Strecke X beträgt 2,45 km, das heißt 2450 Meter. Die Endgeschwindigkeit V beträgt 120 km pro Stunde, das heißt 120.000 Meter pro 3600 Sekunden, also 130 Drittel Meter pro Sekunde. Wir lassen die Geschwindigkeit in dieser präzisen Form. Was wir suchen, ist die Stärke der Kraft F der Lokomotive, Stärke, die wir in Newton ausdrücken. Und um diese Kraft herauszufinden, nutzen wir einerseits das Grundgesetz der Dynamik F gleich M mal A und andererseits diese zwei vereinfachten Formeln einer GGBB, denn die Anfangsdistanz ist 0 und die Anfangsgeschwindigkeit auch. Legen wir los. X ist gleich zu A mal T Quadrat geteilt durch 2. Wir schreiben dieses T Quadrat in der Form T mal T. Warum machen wir das? Weil jetzt sehen wir hier das Produkt A mal T. Und A mal T ist durch diese Formel gleich zu V, also können wir hier A mal T durch V ersetzen. Und somit finden wir X gleich V mal T geteilt durch 2, also ist die Zeit T 2 mal X geteilt durch V. Warum haben wir das Ganze gemacht, weil jetzt finden wir die Zeit T mit diesen zwei Größen X und V, die beide angegeben sind. Also T ist gleich zu 2 mal diesen X-Wert, 2450, geteilt durch diesen V-Wert, 100 Drittel. Und dieser Bruch ergibt ganz genau 147 Sekunden. Jetzt machen wir weiter mit der Formel V gleich A mal T, aus der wir schließen, dass A V geteilt durch T sein muss. V wird angegeben und T haben wir gerade berechnet. Und somit finden wir als Beschleunigung 100 Drittel geteilt durch 147, also 100 geteilt durch 441 Meter pro Quadratsekunde. Auch diesen Bruch lassen wir so stehen, das ist ein genauer Wert. Jetzt machen wir weiter mit F gleich M mal A. Die Masse M wurde angegeben und die Beschleunigung A haben wir gerade berechnet. Also setzen wir für M und A die entsprechenden Werte ein und somit finden wir als Kraft F 136.054,42 Newton. Und das ist die Endantwort auf die gestellte Frage. Wir halten sie hier fest.